ja leute ihr wollt doch wissen wie das neue bangju swanberry schmeckt und ja jetzt habe ich zwei tage reifen lassen ja leute unterschreibt dafür vaping ist nur tabaco ne unterschreibt dafür ich habe schon unterschrieben mittlerweile 10.000 leute haben in deutschland nur in deutschland unterschrieben da gibt es ja belgien und was weiß ich was noch alles da habe ich jetzt nicht reingeguckt nur rhein deutschland habe ich geguckt knapp 10.000 unterschriften schon gesammelt ich natürlich auch warum auch nicht ja leute diese schöne strawberry nicht schlecht wirklich geil ich finde es geil ihr kennt doch die vom kaufland oder so die nun in die erdbeerschaumküsse das kommt voll ran hier das schmeckt so so fluffig schön geil rein richtig geil holt ab richtig geiles zeug leute probiert natürlich jeder hat einen anderen geschmack leute holt euch das versucht ist ist richtig geil in meinem finden wie die erdbeerschaumküsse richtig schön fluffig richtig geil also leute web on web safe und möge der dampf mit euch sein ja leute und vaping ist nur tabaco unterschreibt dafür ok die wollen adresse alles ja ok aber bei facebook gibt er ja auch alles preis und muss angeben leute unterschreibt dafür und hoffentlich bringt es was ja ciao ciao